Musik Moin oder was geht und herzlich willkommen zu einem Samstags-Special Heute spielen wir Fishing Planet, natürlich spielen wir in der Showbox in dem Satzchen Kola Moin und ja, Fishing Planet Gehypt wie sonst was Ja, das Spiel des Jahres 2015, auf den wir alle gewartet haben Den Angelsimulator Genau, Angelsimulator Schlechthin Und Ob es jetzt nur spannend ist, also Ist Am Anfang, also wenn man das halt so Tutorials und Scheiß spielt, das ist ja Fisch gefangen Was für ein blauen Dingens? Ja, blauen Sonnenwarschmann Man fängt nichts anderes aus, man geht in der Mitte mit Pro-Equipment des Jahrhunderts Ja, ihr könnt halt jetzt auch Angel hier reinhalten Äh, reinhalten Und dann ein paar Jahre warten, was es anbeißt Ähm, unten im Chat, der überhaupt nicht zu groß ist Seht ihr dann noch die anderen, was die so machen Ja Ihr könnt auch irgendwie durch die Welt reisen und dann da irgendwie noch alles Genau, man kann auch verschiedene Orte erkunden und Kanalwilse und haste nicht gesehen Wilse und alles und Ja Es gibt auch paar Tricks, mit denen man hier Äh, werfen kann zum Beispiel oder mit Scrollen, dass man dann Route einzieht oder sowas Genau, ähm Ich glaube, ich habe schon da fast einen Fisch Momentan die Würmer als Köder Ja, 14 Stück haben wir noch Ja, 15 Ja So Dein größtes waren 500 Gramm Ich habe schon wieder eingefangen Alles klar Hast du, ne Was kannst du sagen? Doch, blau, son, borsch Also, sehr herrlich, ne? Echt, sehr herrlich Die Grafik, naja, ähm Nichts, wenn jemand von euch Hunter? Der Hunter? Der Hunter, ja Ähm Das ist so ähnlich wie das, ähm Also, ist halt Nicht grausam, aber auch nicht Unbedingt der Augenschmaus Der Augenschmaus? Aber hier kann man, ich glaube, hier kann man eine Menge, äh Fische fangen an sich Ja, ist auch Und es ist auch nicht einfach, ja Ist auch nicht grad schwer, denke ich mal Also, wenn man einen Trick raus hat Muss man das Gefühl haben Es gibt dann auch richtig viele so, ja Tiefe und wie weit du rauswirfst Und dann beißt der Fisch an Ja, genau Wenn man keinen Relief hat und das nicht draußen machen kann Kann man das hier machen? Muss man nicht Ne, das war zu früh Ja, man sieht halt oben rechts, also mitte rechts noch den Köder, wie der sich bewegt Ja, ist relativ nützlich, aber ich sehe das eigentlich sowieso nur an der Stange dann da oben An der Stange Also über dem Köder So, ähm, mir ist jetzt noch nicht ganz bewusst, wie wir hier drauf ein relativ spannendes Let's Play machen wollen Deswegen Ja, deswegen, äh Hörsa, hörsa Werde euch die Stunde so angucken müssen Die Stunde Ja Ja Vielleicht können wir ja nochmal zeigen, wie da ein Fisch gefangen wird Ja Wenn es zu viel ist, dann wird einfach Cutt meine Freunde Wahrscheinlich Wahrscheinlich, oder? Da war was Da war was Es ist was Irgendwo in der Nähe Arrr Ja, hörst du ihn schon? Blub blub Oh Jungs, seht das, seht das Ein Kürbis-Kernbarsch Echt jetzt? Nice 147 Kilo Den behalten wir doch Den kann man doch super essen Super essen Probieren wir es ja nochmal Man kann doch mit F11, äh, irgendwie so und dann, ähm, weiter rauswerfen Ja Da kann ich ja irgendwie Wir waren ja schon mal angeln, ne? Cooler Ja Alles klar So, da ist jetzt relativ Oh, noch ein Fisch! Draußen Blau Sonnenborsche Ich geh auf Du hast jetzt noch nichts anderes gefunden, oder? Ja, aber voll viele Blau Sonnenborsche Ja, Glückwunsch Ich guck mal was jetzt da draußen schon was gibt's Auch die Menümusik, Junge Ja, so wirst du Das ist da halt nicht So, ich glaub da draußen sind jetzt ein bisschen größere Fische So, Wale und so Und man kann dann auch gut kaufen Genau, es gibt ein Menü, das kann ich auch kurz zeigen Das ist natürlich auch super, um hier so während, ähm, die Angel da so liegt kann man hier super mal bitte, äh, Handy rumspielen oder so Ja, das stimmt natürlich Ja, man kann auch verschiedene, äh, verschiedene Sachen hier ändern und kaufen Hast du nicht gesehen? Genau, es ist übrigens Free-to-Player sind all die, die denken Oh nein, wer gibt dafür Geld aus? Oh nein! Es ist kostenlos Deswegen, auch nur deswegen haben wir's Und, ja, ist halt letztendlich sowas wie der Hunt oder diese ganzen anderen Simulations-Zeug-Sachen Nur, dass halt hier irgendwie noch dazu kommt, dass man die ganze Zeit monoton an der Stelle steht Monoton an der Stelle steht! Jawoll! Komm, jetzt muss ja mal der weiße Hai Ich find die Bäume, also guck mal, die wissen ja, dass, ähm, da drüben die Bäume, ne? Siehst du die? Wo die Boote sind und so? Ja, ja Sieht ja schon ziemlich, äh, Mario-Grafik aus, ne? Ja, ja Nintendo DS Ähm, wenn man weiß, dass man hier so nur steht, warum macht man dann... Oh, fisch! Hier so, Maria! Warum... Oh! Hab ich was? Ich hab nichts! Jungs, warum setz ich das immer wieder zurück mit der Schnelligkeit, Mann? Auf jeden Fall, ähm, warum machen wir halt einfach irgendwie ein HD-Wallpaper dahin? Ne, ich weiß, wie man ihn noch weiter wegwerfen kann Hau raus Man muss einfach ganz lange gedrückt, also du drückst auf 11, ne? Und dann siehst du rechts, wenn du gedrückt hältst Ja, das hab ich schon lange, das weiß ich schon lange, halt nicht fast Man muss halt so richtig diese Zeit loslassen Hä? Ey, warte Warte, die Fahrt ist ja irgendwie nicht so lang Das ist irgendwie das Problem Gut, einmal probieren wir's noch, Leute Oder warte, ne, wir probieren's, äh, hier ein bisschen näher dran Oh, jo Jetzt komm doch einfach rein 15 Meter hab ich geworfen Hoho Ich seh nichts mehr Dann gehör was weg Was passiert denn jetzt? Oh nein, komm rein So, nach 13, Mama, hab ich, dann müsste ich mir das auch irgendwie nachkaufen Ja, ich hab schon gesehen, die waren müssen relativ teuer, aber man verdient auch relativ viel Geld Ich hab irgendwie 750, äh, Geldeinheiten Angeleinheiten Nein, warum zieht das raus? Ich wollt doch nur die So, jetzt Ich glaub, so weit draußen passiert nichts 5 Meter Beste Äh, ich hab auch glaub, die Schnur ein bisschen zu lang Ich hab immer noch 1,20 Meter Hhhhh 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 Jesus Loll, mit, mit rechts, die kann man zielen im, 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 Wurf äh dausern doch haben schon wieder Prozent abhalten oder so ich weiß egal wenn man das Körner die Musik genießen denn das hat eine Musikgeleitung die Stimme sind zwischen gehen denn geht das bestürzt sich noch gern nach nein nach dem Ort gewächst ist die Ortserlern kleiner von von Sonnen Oax weiter bewegt sich doch als die bürbe sind echt hardcore scheiße aus ist ja der wahnsinn warum ist es denn immer so langsam jetzt muss ich mal kurz gut rücken zack jetzt wird doch mal einer anbeißen jetzt würde jetzt nur das direkt in der mitte vom fluss hat ein schönes würmchen dranhängen und brauchst du ein würmchen brauchen würmchen dran warum weiß niemand an deshalb immer so die chance 1 prozent und wenn du den 1 prozent erreicht das wird noch mal ausgerechnet da ist die chance 0,1 prozent das punkt für schon weiß das geht ja ich habe ein ich habe ein ich habe ein ich habe ein jess was wein du gehst auf man so jungs jetzt weist mal an ich habe hier mir was erwartet vom game aber wo man da hätte ich echt als spieler entwickler hätte ich hinten einfach ein full hd 4k wallpaper hingehangen das anschlagen war zu früh falsch die berechnung zu langsam also wir würden es nicht weiterspielen wir würden es auch nicht empfehlen wir würden es eigentlich auch extrem mal lange weise spielen ich bin es einfach nur was der sinn dieser serie ist rätselbar nicht rein wenn ich rede äh ist halt ähm der sinn der dieser serie halt einfach mal crap vorzustellen auch gut ist hier dann essen äh wait blauen sonnbarsch ich gehe auf mein warum fängt man nichts anderes zappel 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 behalten jungs einmal machen wir noch und ihr wisst ihr wir machen sich doch einmal wenn es euch gefallen hat ich glaube viel mehr kann man und will ich auch gar nicht zeigen ähm ne musst du auch gar nicht zeigen ne musst du auch gar nicht zeigen glödlödladun ja 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 ja